Musik Sensationell, schöne Abendkleider und vielleicht fragen Sie sich, meine Damen und Herren, warum Sie alle wiedergekommen sind, nämlich auch die acht, die jetzt schon natürlich enttäuscht sind, weil sie bereits nach Hause gehen, noch nicht, sie kommen am Schluss auch einmal, aber heuer zum ersten Mal auch ganz neu und das ist ganz, ganz toll, eine Geschichte, die viel auch mit der Ausbildung in der Akademie zu tun hatte. Die jungen Damen wurden nämlich gefragt, was sie machen würden, um zu helfen und sie haben ein tolles, nicht eines, sondern ein paar tolle Projekte auf die Beine gestellt. Richtig, im vergangenen Jahr hat sich die Miss Austria Corporation gemeinsam mit den Lizenznehmern der Bundesländer dazu entschlossen, mehr im karitativen Bereich tätig zu werden und nachdem der Miss Austria Corporation besonders Bildung, Ausbildung und Herzensbildung am Herzen liegt, hat sie sich als Partner das SOS Kinderdorf ausgesucht und da möchten wir ein spezielles Bildungsprogramm unterstützen. Die Missen haben alle Projekte dazu vorbereitet, Geld gesammelt in der Miss Austria Akademie, die Projekte auch vorgestellt und das Geld, was da zusammengekommen ist, möchten wir heute stellvertretend für alle 18 Damen und für die Miss Austria Corporation überreichen und dazu bitte ich nun vom SOS Kinderdorf Rechberg, Herrn Reinhold Kapusta zu uns auf die Bühne. SS Kinderdorf Vertreter, Reinhold Kapusta. Also ich würde sagen, Sie sind nicht nur sehr schön, sondern Sie haben auch alle ein gutes Herz, also ich glaube, schöner kann man Charity gar nicht gestalten, was sagen Sie? Ja, danke für Ihr aller Engagement. Ich finde das ganz toll, dass Sie das SOS Kinderdorf Bildungsprogramm unterstützen und somit unseren Kindern und Jugendlichen eine tolle Zukunft bereiten können. Dankeschön. Jeder Cent zählt, jeder Euro zählt. Natürlich hat man immer wieder, ja, große Sachen, das sind 2.000, 3.000 Euro, wie wohl das auch wichtig sein kann, aber die Summe, die zusammenkam, hat uns dann doch auch überrascht, bitte. Ja, und das macht jetzt unsere Miss Vienna Marleen. Ich bitte dich, den Scheck umzudrehen und es sind 17.000 Euro. 17.000 Euro. Liebe Marleen, du darfst den Scheck jetzt loslassen und weitergehen. Der Scheck hört schon in meinem Kapusta. Herr Kapusta, alles Gute, es geht ins Bildungswerk des SS Kinderdorfes, das ist was ganz Wichtiges und wir wünschen Ihnen und allen Ihren Müttern und Vätern, die Sie haben in den Kinderdorf, alles Gute und hoffentlich sind wir nächstes Jahr wieder so beieinander. Danke. Gut, dann Abgang aller Herrschaften. Dankeschön. Auf Wiederschöne unsere Missen einstweilen. Dankeschön all unsere Missen.